Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man so einen Ruckzuckbeton verarbeiten und somit diesen Schnellbeton zum Beispiel für Zaumpfosten oder auch eine Wäschespinne richtig verwenden kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem extra Video habe ich mal gezeigt, wie man so einen Zaumpfosten ausführlich mit normalen Eschzeichenbeton einbetonieren kann. Das Ganze ist etwas günstiger, jedoch dauert es natürlich auch länger, da der Beton mindestens 24 Stunden einmal schon anziehen muss. Das Prinzip haben wir bei einem Ruckzuckbeton nicht, da können wir normalerweise nach ein paar Minuten nämlich auch schon unsere Fixierung von dem Zaumpfosten wieder entfernen. Hierfür grabe ich mir in meinem Fall mal mit einem einfachen Spaten ein Loch, was 25 cm mal 25 cm breit ist und das Ganze werde ich ca. 60 cm tief ausheben. Falls gewünscht, können wir unsere Grasnabe natürlich auch erst einmal auf die Seite legen, dass wir diese später wieder einsetzen können. Und wenn unsere tiefe passt, dann verwende ich am liebsten nochmal einen speziellen Handstammfer, mit dem kann ich die Erde hier unten drin nochmal etwas verdichten und vor allem auch gerade machen. Im Notfall könnte ich auch einfach einen Pflasterstein zur Hand nehmen und hier unten ein paar Mal reinhauen. Unsere Erde im Loch kann somit auch nicht nachgeben und jetzt gebe ich mal noch eine Schicht von ca. 10 cm von so einem Frostschutzkies in das Loch hinein, was einfach den Sinn hat, dass sich unter dem Beton später kein Wasser sammeln kann. Das Wasser versickert einfach und im Winter kann dann auch nichts auffrieren. Diese Schicht könnte ich auch wieder mit Gefühl mit dem Handstammfer gerade machen oder ich verwende einfach eine Kelle, um es etwas ebener zu machen. Als nächstes gebe ich meinen gewünschten Gegenstand in das Loch hinein. Normalerweise sollte dieser von der Position her genau in der Mitte von dem Loch sein und dann schlage ich ihn einfach mal mit so einem Hammer etwas noch in die Frostschutzschicht hinein, dass er auch schon leicht steht und dass einfach der Zaumpfosten zum Beispiel von unten nicht mit Beton verschlossen ist. Das hat einfach den Sinn, dass wenn sich hier drin Kondenswasser bildet, dann würde das Ganze ja bei Beton nicht ablaufen können. Und im schlimmsten Fall könnte es im Winter sogar sein, dass der Zaumpfosten hier unten irgendwie auffrieren und somit auch aufplatzen würde. Falls du hier oben mit dem Gummihammer nicht einfach draufhauen kannst, dann am besten mal noch ein Holzstückchen darüber legen und dann dementsprechend weiter klopfen. Die Position und die Höhe passen und jetzt muss ich das Ganze natürlich auch noch irgendwie ausrichten und vor allem auch fixieren, dass ich da nichts mehr bewegen kann. Zum Fixieren verwende ich am liebsten eine einfache Holzlatte, die gebe ich mal über mein Loch drüber und dann schaue ich, dass ich mit einer einfachen Schraubzwinge das Ganze an meinem Pfostenteil dran befestige. Das schaut auch schon relativ gut aus und jetzt geht es mal darum, dass ich mal eine Wasserwaage zur Hand nehme und dementsprechend natürlich noch das Ganze nachjustieren kann. Da sollte man aber auch immer unbedingt beide Richtungen genau anschauen. Alles ist vorbereitet, deswegen das Erdloch auch schon etwas vornässen kann. Da muss meine Schraubzwinge leider etwas darunter leiden und dann geht es mal darum, dass wir eine Schicht von circa 10 bis 15 Zentimeter von dem Ruckzuckbeton in das Loch hineingeben und mit einer Kelle schon etwas gerade verteilen. Im nächsten Schritt gebe ich mal so viel Wasser mit meiner Gießkanne auf das Loch drauf, dass der Beton wirklich ordentlich mit Wasser überdeckt ist und dass das Wasser natürlich auch dementsprechend in die untere Schicht mit einsickern kann. Um die Festigkeit noch etwas zu erhöhen, können wir jetzt entweder mit der Kelle oder mit einer einfachen Holzlatte mal das Ganze noch etwas besser verdichten. Und da der Beton, wie gesagt, sehr schnell aushärtet, ist jetzt nochmal ein super Zeitpunkt mit der Wasserwaage unsere Lage zu kontrollieren. Nicht, dass wir hier irgendwie dagegen gekommen sind und dementsprechend könnten wir das Ganze nochmal fein justieren. Pro 25 Kilo Sack benötigt man übrigens circa drei bis dreieinhalb Liter Wasser und da die erste Schicht ja bereits aushärtet, kann ich auch schon dementsprechend meine zweite Schicht Beton einfüllen. Auch diese Schicht sollten wir wieder verteilen, dass natürlich der Beton überall gut hinkommt. In meinem Fall mache ich das jetzt aber einfach mit der Holzlatte und danach kann ich auch auf diese Schicht schon wieder Wasser mit der Gießkanne drauf gießen. So gehen wir jetzt Schicht für Schicht vor, bis wir auf unserer gewünschten Höhe sind und wie gesagt, nach bereits fünf Minuten ist das Ganze so ausgehärtet, dass wir unsere Fixierung einfach einmal entfernen können. Und nach circa einer Stunde könnten wir jetzt den Zaunpfosten auch schon dementsprechend voll belasten. Wichtig ist auch noch zu sagen, man sollte am Ende die oberste Schicht doch einmal noch etwas mit einer Kelle glatt streichen, das es natürlich optisch auch was hermacht. Falls du übrigens wissen willst, wie viel Säcke Beton du für deine Arbeit benötigst, dann hast du normalerweise auf jeder Rückseite von so einem Sack immer noch eine kleine Tabelle, wo das Ganze steht, wie breit bzw. lang das Loch ist, wie tief und wie viel Kilogramm Material man dafür benötigt. Und somit haben wir jetzt auch schon Ruckzuckbeton richtig verarbeitet. Wenn du dir für zu Hause so einen Ruckzuckbeton, eine Gießkanne, Wasserwaage oder natürlich auch eine Kelle zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.